Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together und das Ganze bei Damakash zu Besuch. Hallöchen! Und der Knolle ist noch dabei. Hallo, der Delfin! Oh, der springt gerade ins Wasser. Ich wollte mal gucken, was du hier gemacht hast. Ja, hier ist der Wohnwagen, der jetzt fast fertig ist. Hinten am Heck muss ich noch einmal was machen, dann muss ich aber irgendwie ein bisschen höher kommen, sonst komme ich da nämlich nicht dran. Reicht das schon? Oder muss ich da noch einen höher? Gut, mach mal lieber so und ich weiß nicht, sind das weiße, ist das weiße Wolle? Ja, dann passt's. Dann brauche ich nur noch hier die Reihe machen und dann habe ich es eigentlich schon. Aha, ein bisschen Specken. Ja, der sieht ganz cool aus, oder? Ja, das hat was. Ist super geworden, der Wohnwagen. Das ist cool. Ja, Stützen sind drunter, der kann ich umkippen. Hinten müssen wir noch einen Eimer drunter stellen für das Abwasser, ne? Jetzt habe ich irgendwas aufgenommen. Ein Schild habe ich aufgenommen. Ja, ein Bild wahrscheinlich. Ein Bild. Ich versuche nämlich gerade eins zu finden, was noch nicht von irgendjemandem belegt ist. Okay. Jetzt bin ich untergegangen. Ja, ich glaube... Nach hinten gelaufen. Ja, vorne müsste ich irgendwie noch eine Treppe haben, damit ich da hoch kann, ne? Sonst... Kannst du mir das zuschmeißen? Ja, das Bild... Wo ist es? Da ist es. Danke. Aber du kannst ja auch, falls du ein Bild für mich findest, kannst du ja dann auch anstatt irgendwie eine Blume da drunter machen, das Gesicht von mir da drunter machen oder so Kürbis. Achso, ja, es kommt ja sowieso eigentlich... Ja, ich will das schon, dass da jeder so sein Bild hat. Aber du kannst ja... Das ist das Einzige, was mich bei Minecraft... Echt, du kannst nicht aussuchen, welches Bild du aufhängen willst. Das heißt, du musst jedes Mal ausprobieren, was da... Das geht schon mal hier. Aber ich glaube, ich habe gerade eine Idee. So. Geht es, einen Teppich da hinzulegen und dann da einen Zaun drauf zu machen? Ne, ne? Du kannst auf den Teppich nichts draufsetzen. Das geht nicht. Ja, super. Das ist total doof, ja. Aber dann werde ich das trotzdem mal gerade testen, ob ich damit... Das vielleicht besser aussieht, dass ich die Stützen... Ein einzelnes... Ja, ich glaube, das sieht viel besser aus. Ein einzelnes Zaunteil als Stütze, ne? Achso, ja, das kann man... Das geht auf jeden Fall, ja. Das sieht besser aus. Aber ich würde dann sagen, eher ein Steinzaun, oder? Weil Steinzaun hat dann eben halt noch sowas ähnliches wie Metall, aber... Na ja, ähnliches ist es auch nicht wirklich. Gut. So, dann muss ich noch zwei Zäune machen. Das mache ich. Ich glaube, ich kriege es jetzt fertig. Ja, sieht auf alle Fälle sehr cool aus. Und jetzt wollte ich von dieser Folge mal oben beim Knolle gucken. Das Bild habe ich jetzt hingehangen. Da wird noch ausgetauscht. Da kommt der Avatar vom Reiter hin. Jetzt wollte ich doch mal nach dem Kürbis gucken. Na ja, der Kürbis sieht jetzt eher auf die Maulung aus. Das war wieder andersrum, ist klar, ne? Also, bei dem Kürbis, da muss ich noch daran arbeiten, dass es auch ein Kürbis wird. Ja, ich wusch jetzt mal hoch mit dir. Ich war glatt mal gucken. Ich glaube, das reicht. Wenn ich eh unten bin, soll ich noch irgendwas mit hochbringen? Oder hast du noch alles, was du brauchst? Ach, das Einzige, was ich eigentlich brauche, ist wie gesagt Leben, aber... Da kann ich gleich im Leben noch was holen, gegebenenfalls. Ich wollte doch jetzt aber mal gucken. Oh, mit Sonnenuntergangbild bei mir am Boden waren. Cool. Ja, ach ja, siehst du, für dich sieht es nach Sonnenuntergang aus und für mich kommt da dann dein Avatar hin. Okay. Ach ja, aber das ist auch eine coole Idee, das so zu machen, auf jeden Fall, finde ich. Gut. Also du brauchst noch einiges anleben, wahrscheinlich, ne? Ja, aber es wird ja immer weniger, zum Glück. Also dann husch ich mal los. Ja, ich denke, wir kommen dann gleich auf jeden Fall nochmal nach. Okay. Ich geh mal zum Reisebüro und dann werd ich mal ein bisschen weniger sein. Kann nicht mal lange dauern. Tag. Und das war der Letzte. Jetzt Brot, einmal ordentlich Nahrung und dann geht los. Ja, Essen ist wichtig, elementar wichtig. Aber ich glaube, ich brauch gleich noch eine Spitzhacke. Musst mal gucken, ob da unten im Lager, ob da noch eine drin ist. Ansonsten ist Eisen auf jeden Fall da, damit du dir da was bauen kannst. Der Teppich, schwebt der auch, oder? Ne, der schwebt glaube ich nicht, dann bricht der zusammen. Geht nicht, also es muss ein Untergrund drunter sein. Ne, du kannst den, ähm... Auch schweben machen. Irgendwo draufsetzen, aber du kannst es da drunter wieder abbauen. Und dann bleibt der? Ja. Okay, dann testen wir das doch mal gerade. Gut, jetzt zum Reisbüro. Ne, dann geht der Dingens auch weg. Der Teppich auch weg, leider. Ach so, schade. Okay, das ist... Der Trick wäre ein Glas-Dingens, ne? Sag schon. Glas-Untergrund zu nehmen, ja. Ach, lass ich so, ist egal. Ich hätte jetzt gedacht, die Deichsel vom Wohnwagen als Teppichplatten zu machen dann, aber das ist dann auch doof. Ach so. Das hätte dann ein bisschen besser ausgesehen. Dann bleibt so. Oh, hier ist eine ganze Mine. Da muss man schon echt so, ähm... Hier ist eine ganze Mine, hab ich gar nicht gesehen. Da muss man bei Minecraft, muss man schon echt kreativ werden, ne? Also, bis man überlegt, wie macht man denn das am besten und wie macht man das am besten, damit das annähernd irgendwie so hinhaut. Außer Mods soll es ja einige geben, ne? Also haben ja jetzt schon mehrere geschrieben. Das ist echt einiges an Mods, grad was so Möbel und Einrichtung betrifft. Dass man da einiges machen kann. Ist ja wie ein Traum hier. Ne ganze Hülle voller orange und Kleen. Das ist der... So ne Lehmbiome sind toll, oder? Also ich finde das einfach... Da kannst du einfach, weil du so viele coole Sachen machen kannst mit Lehm. So. Ach, das war die erste Spitzsache. Hörte sie zerbrechen, ja. Hörte sie fast haben wie ein Windows-Error. So, ich glaube, ich mach noch ein bisschen Licht irgendwie so rundherum. Ja, Licht wäre vielleicht nicht schlecht. Ach siehste, wenn du... Ein richtiges Licht haben willst, also Glowstone, das müssten wir tatsächlich aus dem Netter rausholen. Ich glaube, da hat einer jetzt den letzten aufgebraucht. Ich stelle jetzt außenrum erstmal ein paar Fackeln noch auf. Aber da könnte ich eigentlich gleich noch vorbeihuschen, wenn ich eh hier schon bin. Na, geh da mal rein. Dann hole ich da noch ein bisschen Glowstone. Ah, die können auch so Fackeln ohne sein, das passt schon. Wohnwagen ist ja nur aus Wolle. Ja, Fackeln und Wolle, das verzehlt sich nicht gut. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Spirik plus rein. Ach, das kann man noch... Ne, auf der Kiste kann ich es leider nicht draufstellen. Das ist ja eine Kiste, kein Block. Ne, dann lassen wir es so. Passt schon. Ich glaube, jetzt habe ich es. Guck mal, ich gebe dir jetzt den Clay hier mal, Knolle. Und dann brauchst du... Du möchtest aber ja wahrscheinlich Lampen bei dir haben, ne? Ja. Weil dann würde ich nämlich noch eben schnell Glowstone holen. Aber ich könnte wahrscheinlich auch Kürbislaternen nehmen, es hätte dann was. Könntest du auch machen, ja? Gut. Pass auf, ich schiebe dir jetzt den orangenen Lehm schon mal zu. Einmal, zweimal und hier ist noch ein bisschen. Das sind... Das sind vier Stacks, nein. Fünf. Fünf Stacks und ein... Und wieder acht. Ne, neun, neun. Ich dachte schon, nochmal acht. So, ich könnte noch ein Vorzelt bauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Es spielt sich doch sowieso das ganze Leben ab. Ja, eigentlich schon, ja, aber... Ne, also das meiste machst du doch tatsächlich so im Vorzelt, finde ich. Also ich meine, da wird gesetzt, da wird gesetzt, da wird... Das ist so, ne? Also im Wohnwagen selber bist du doch eigentlich nur, wenn das Wetter echt irgendwie so blöd ist, bist du dann da drin. Oder zum Schlafen halt, ne? Ja, oder man macht Wintercamping, dann ist das Vorzelt nicht so interessant. Ja, das ist wohl wahr, ja. Das stimmt natürlich. Das ist auch... Es ist faszinierend. Ich habe die Monster ja aus, ne? Also, wie man ja uns schwer sieht, ne? Wir haben ja nachts keine Monster. Ich komme in den Nether und hier rennen Pigments rum. Was geht, ey? Ja, auch erst friedlich. Ja, trotzdem. Finde ich doof. So. Ne, jetzt höre ich auf, Minecraft zu spielen, wenn hier Pigments rumrennen. Ja, ne. Ne, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Finde ich auch. Das ist ein Grund. Ich schreibe jetzt ein Ticket. Ich wärme mich bei Microsoft. So geht das nicht. Gucken. Aua. Bin ich meinem Kürbis runtergefallen? Dann mach doch sowas nicht, Mensch. Okay, das kann ich abbauen hier. Sieht ganz gut aus. Und das da drüben vielleicht auch. Gut. So, jetzt. So. Okay. Etwas glösser. Muss schon sein. Eine Schere. Da ist sie. So. Habt ihr denn, ähm, ihr habt jetzt auch eine neue Welt dann angefangen, wo ihr zu zweit dann unterwegs seid, jetzt, ne? Wir hatten ja schon mal eine Notfolge angefangen, aus dem Grund, wenn mal was nicht klappte, dass wir den Donnerstag nicht geschafft haben, eine Folge hochzuladen, da hatten wir Notfolgen sozusagen eingerichtet. Und, äh, ja, da haben wir dann jetzt weitergemacht und die Notfolge sind im Endeffekt jetzt dann auch schon unsere, ne? Ja, die normalen Notfolge. Ja, ja, ich verstehe. Ist doof, aber können wir jetzt nicht ändern. Aber wir wollten es halt auch weitermachen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, so ist es dann halt, was wir zu machen, ne? Ja. Ja. Manchmal kann man es halt einfach nicht ändern. Ja. Warum findet man immer nicht das, was man finden will? Das ist doch echt herzlos. Also ich hätte jetzt elf so Glowstone. Ähm, Beinchen. Meinst du, das reicht dir? Das reicht bestimmt schon. Ja, okay. Sonst hätte ich auch noch weiter gesucht. Wäre da immer so bequem, weil ich will da immer nicht, ähm, weiß ich wohin bauen. Mhm. Und dann renne ich immer eine Stunde lang rum und gucke, wo ich es am besten abbauen kann. Das ist, ähm, auch nicht so klug. Aber so bin ich halt. Mhm. So. Ich bin bei der Kür. Das Vorzelt. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich nur noch drei Herzen habe, weil ich nichts gegessen habe und schon zweimal runtergefallen bin. Oh Mensch, das ist doch nicht gut. Ich hätte mir gedacht, dass wir hier, dingens, wie heißt es, eine Wüste haben. Das heißt, ich brauche gar kein richtiges Vorzelt, sondern nur ein Sonnendach, ne? Ach, wie auch ein Sonnensegel oder so, ne? Genau. Würde reichen, das stimmt, ja. Und... Gemütliche Sitzgruppe und fertig. Vielleicht noch eine Bergbank und noch einen Ofen. Ja, das könnte vielleicht noch sein, so im Vorzelt, oder? Ja, ja, schon. Gaskocher draußen, ne? Ich wollte gerade sagen, der Gaskocher draußen. Man kann ja auch nicht nur grillen, also man kann schon. So, naja, das ist Camping. Was brauche ich denn dann für einen Ofen? Steine, ne? Ach, der letzte Campingurlaub ist bei mir aber auch schon so lange her. Ja, falsch gelaufen. Da war meine Tochter noch total klein, da waren wir am Ballaton. Aha. Ne, wir sind ja standardmäßig wenigstens zweimal im Jahr unterwegs, ne? Und die Feiertage auch noch. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Und jetzt im Sommer machen wir unseren größten Trip. Bis nach Nordspanien. Ah ja, okay. So. So, ich tu dir die Lampen... Aua, mal unten in die Truhe rein. Da war der Keller, ja. Okay, das wäre das. Oh, ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Jetzt muss ich noch eine zweite Ebene draufbauen, also die zweite Höhe. Ich hab's kaputt gemacht, Namakasch. Was hast du kaputt gemacht? Schon wieder das Symbol vor der Steinkiste diesmal. Das mach doch nicht. Wie krieg ich das da wieder dran, ne? Du nimmst einfach einen Gegenstand in die Hand, den du da drauf machen willst und machst mit Rechtsklick auf das Bild klicken. Dann macht er das da hin. Okay. War's schon. Jetzt hab ich was Falsches genommen. Okay. Ach ja, das sind Bilderrahmen, meine Güte. Gut. Wenn du da drauf kannst, dann kannst du die Gegenstände rein... Hofen mach ich aus Stein, ne? Oder wie war das? Aus Bruchstein, ja. Das ist der, der... Der ganz unverarbeitet ist. Ja, ich glaube... Jetzt lauf ich wieder falsch, wahrscheinlich. Wo bin ich jetzt? Warte mal, oder sind hier noch Öfen? Hier sind auch noch in der Krimskramskiste sind fünf Öfen drin. Ach, guck mal. Na, ich hab jetzt aber mir Steine mitgenommen und... Naja, dann lassen wir es so. Ach so, naja, ist ja wurscht, ja. Mach ich gerade da. Ach, ne Werkzeug... Werkbank? Ne, die kann ich ja auch aus Holz machen. Hab ich noch Holz mit? Ja, hab ich ja noch. So, jetzt gleich bin ich wieder oben. Ach so, du brauchst... Hast du Grün schon oben, Knolle? Oder brauchst du Grün noch? Ich hab noch Grün. Okay. Ich dachte nur, weil ich hier eh gerade rumstehe, weißt, dann kann man das gleich machen können. Wie sieht's fenstertechnisch aus? Ja, werde ich nicht so viele haben. Da brauch ich wahrscheinlich orange, ne? Oder gibt's... Gibt's überhaupt orangene Fenster? Ähm, also es gibt orangene Farbe. Ja, wo kann man auch orangene Fenster machen? Ach, die Kiste brauch ich gar nicht. Und hab ich noch... Oder? Doch. Aber nie gemacht. Ich, ähm, guck mal, ob ich jetzt... Also... Jetzt könnt's bald auch schon ein Tempel werden. Oh, ich hab einen Fortschritt. Wow. Yay! Fortgeschrittenes Handwerk. Du bist ein Handwerker. So, das... Also ich hab 16 Glasblöcke jetzt in orange. Notfalls müssen wir nochmal Sand brennen, wenn du dann mehr brauchen würdest. Ja. Okay, und... Ich bin jetzt nicht so der, der so viel braucht. Ich kann ja oben auch einfach ein kleines Loch lassen. Da kommt da oben auch ein bisschen... Du bist ja anspruchslos. Nee, ich brauch keine Fenster. Ich lass einfach nur ein Loch in der Decke. Spaß. Genau. Schau. Achso, wolltest du Kürbislaternen, ne? Ja, die kann man ja für Innenbeleuchtung sozusagen nutzen. Ja, genau. Weil dann, ähm, geh ich nämlich noch Kürbisse abbauen eben. Und... Hackeln mit. Kürbisse sind ja da angepflanzt. So. So, ich denke, jetzt hab ich's. Das Vordach. Also das... Das Zelt ist schon so eingerichtet. Das Sonnensegel ist auch schon eingerichtet in dem Sinne. Ah, ich seh's. Mein Kürbis kann man auch sehen. Der ist ein bisschen klein. Den wird man wahrscheinlich entdecken können. Wie krieg ich denn ein Feuer hin? Feuer? Mit dem Feuerzeug? Und das lodert dann so wie oben bei, äh... Wie hieß er? Marder? Der hatte den Grill, ne? Wenn der da ein Feuer anhat, ja. Der Grill, beim Grill. Bei Hiro war das nicht, bei Marder. Ja. Kann man machen, tatsächlich, ja. Was wolltest du denn in Brand stecken? Na, ich hatte gedacht, ich mach hier eine kleine Feuerstelle noch neben den Wohnwagen hin. Dann kannst du aus der Kiste, da ist so, ähm... In der Kiste, wo der Glowstone vorne drauf ist, unten im Lager. Da sind auch so Nethersteine. Die kann man anzünden mit dem Feuerzeug. Okay. Also das geht. Man kann die Wolle auch anzünden, nur ob man das so gerne dann nachher abbrennen sehen möchte. Ich wollte gerade sagen, dann brennt aber alles ab. Das möchte man dann, glaube ich, nicht so gern. Ich hoffe, das Feuer ist dann weit genug weg. Ja, Funken habe ich ausgeschaltet. Okay. Also Funken gehen nicht, ähm, springen nicht über. Gut, da muss ich jetzt noch was holen. So, ach Gott, ach Gott, das ist wirklich, das ist ja eine Pyramide, was du hier gebaut hast. So. Ja, ich dachte, du wolltest da oben Lichtloch lachen. Jetzt hast du es doch zugemacht, siehst du. Ja, dann musst du ja auch schließlich noch... So, wo fand ich das? Bei dir im Keller? Genau, im Keller, in der Kiste, wo das Glowstone drauf ist. Da... Brauche ich einen Netter, oder was? Ja, da ist so... Na, bei mir ist es halt rot, ne? Das ist irgendwie Netherstein, oder weiß ich nicht. Nether Rack heißt der auf Englisch. Und das kann man anzünden mit einem Feuerzeug. Okay, und das Feuerzeug? Es könnte eins in der Krimskramskiste sein, theoretisch, aber da müsste ich mal gucken. Warte, ich schaue gleich. Ich packe nur eben das Zeug für einen Knolle hier rein. Ich habe dir jetzt da Fenster, also orangene Glaswürfel sind es noch. Es sind noch keine Fenster draus gemacht. Und die Kürbislaterne reingeschmissen. Gut, das ist gut. Danke. Mhm. Und warte jetzt, gucke ich mal, ob ich irgendwo ein Feuerzeug noch habe. Also im Lager ist auf alle Fälle eins. Also ich habe vorhin eins gebraucht, weil ich aus Versehen ein Feuer gelöscht habe. Habe ich auch ein bisschen in den Hauspont vorhin. Das wollte ich natürlich nicht. Gar nicht. Hier ist tatsächlich auch kein Feuer drin was los. Kein Feuerzeug. Gut. Braucht man so selten, oder? Ja. Also braucht man nie. Ich weiß gar nicht, wie baut man das Ding denn noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ahnung. Also ich weiß, man braucht einen Feuerstein auf jeden Fall. Das ist doch gut. Warte mal. Hört's doch unbrüchig. Ritsch mal auf den anderen Monitor. Machen wir da mal auf. Und meine Zuschauer sehen jetzt wunderbar das Crafting-Fenster. Ist doch auch toll. Doch super. Ein-Craft-Feuer-Zeug. Hier reicht die Bauanleitung. Mhm. So, was brauche ich denn das? Ah, ist ja cool. Da gibt es ein Tutorial für. Feuerzeug? Ein Tutorial auf YouTube. Flinten-Stil. Ah, Stahl. Ich wusste nicht genau. Okay. Ja, ich hab's aber schon gefunden. Okay. Die weiße Wohle kann man auch bei der bunten mit rein, ne? Ja, ja. Alles darin. Guck mal, ich hab das Feuerzeug jetzt hier in die Krimskramskiste geschmissen. Okay. So. Die Stickys, kommen die auch in die Holzkiste einfach mit rein? Ich hab da noch sechs Stöcker. Ja, ja. Die kannst du einfach da reinschmeißen. Genau. Passt dann schon. So, dann brauche ich... So schick sieht das jetzt irgendwie nicht in den Teil aus. Das ist ja eine Pyramide, oh Gott. Das ist kein Kürbis. Ja, es ist sehr... Es läuft dann sehr spitz zu, der Kürbis. Ja. Das muss man schon sagen. Aber, ich mein, das sind ja auch nicht alle Kürbisse so... Es gibt ja so Zierkürbisse, die haben ja die wüstesten Formen. Ja, vielleicht ist es ein Zierkürbis. Wer weiß. Ja, man weiß es, ne? Aber auf jeden Fall weiß ich, was zu Ende ist. Die Folge. Die Folge. Ganz genau. So, Feuerzeug war in der Krimskramskiste, hast du gesagt, ne? Ja, das hab ich dir da reingetan. Gut. Ja, und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Ja. Echt, das ist mir da. Bis zum Zuschauen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.